Hallo und herzlich willkommen. Ich habe Farbe für eine Pillow-Technik oder Blum-Technik vorbereitet, Weiß für das Kissen, Kaminrot, Fetalo Blau mit diesen Pigmenten, die ich zuvor in Wasser angerührt habe und indischgelb, indischgelb mit Gold Für den Zellenaktivator habe ich Pains Grey mit Kleber angerührt Das hier mit Vinylkleber 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020